Hi, ich bin Thomas von Tutoring und in diesem Video der Reihe zeige ich dir, was es mit der Nachfragefunktion auf sich hat. Die Nachfragefunktion zeigt die nachgefragte Menge eines Gutes in Abhängigkeit von seinem Preis. Um das Ganze zu veranschaulichen, nehmen wir als Beispiel mal Max, der überlegt, wie viel Döner er sich kaufen soll. Bevor wir uns die mathematische Formulierung der Nachfragefunktion anschauen, nehmen wir zur grafischen Darstellung erstmal eine Tabelle. Wir sehen, dass Max bei einem Preis von 10 Euro keinen Döner mehr kaufen würde. Diesen Punkt bezeichnen wir als Prohibitivpreis oder auch als maximale Zahlungsbereitschaft. Mit sinkendem Preis steigt seine Bereitschaft, Döner zu kaufen, aber nur bis zum fünften Döner. Diesen Punkt bezeichnen wir als Sättigungsmenge. Falls du dich jetzt fragst, wieso Max nicht unendlich viele Döner konsumieren möchte, dann denk an das erste Gossensche Gesetz. Dieses besagt nämlich, dass der zusätzliche Nutzen mit jeder weiteren Einheit eines Gutes abnimmt. Der erste Döner bringt ihm einen hohen Nutzenzuwachs. Dadurch ist er für diesen auch bereit, einen vergleichsweise hohen Preis zu bezahlen. Mit jedem weiteren Döner wird der Nutzenzuwachs aber immer geringer, wodurch auch seine Zahlungsbereitschaft sinkt. Bei der Sättigungsmenge ist der Nutzenzuwachs somit Null. Also ist er an diesem Punkt nicht bereit, für den Döner etwas zu bezahlen. Diesen Zusammenhang zwischen der geringer werdenden Zahlungsbereitschaft bei zunehmender Menge eines Gutes bezeichnen wir dabei auch als Gesetz der Nachfrage. Ein Preisanstieg ist somit immer mit einem Rückgang der nachgefragten Menge verbunden. Wenn wir jetzt alle Punkte miteinander verbinden, erhalten wir die gesamte Döner-Nachfrage von Max. Diese können wir auch mathematisch darstellen. Nämlich entweder in Form der Nachfragefunktion, notiert mit x von p, oder wir stellen diese nach p von x um und erhalten die inverse Nachfragefunktion p von x. Diese bezeichnen wir auch als Preis-Absatz-Funktion. Das Vorzeichen minus 2 vor der Variable x zeigt uns dabei die Steigung der Nachfragefunktion. Also den Preisrückgang, sofern die Menge an Döner um eine Einheit steigt. In unserem Fall also 2. Die plus 10 zeigt uns den Schnittpunkt mit der y-Achse. Also in unserem Fall den Prohibitivpreis. Diesen könnten wir auch bestimmen, indem wir x gleich 0 in die inverse Nachfragefunktion einsetzen. Die Sättigungsmenge können wir ermitteln, indem wir für den Preis in der inversen Nachfragefunktion 0 einsetzen und dann nach x auflösen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Like gibst und den Kanal abonnierst. In den nächsten Videos der Reihe zeige ich dir die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen du die Preiselastizität der Nachfrage bestimmen kannst. Um zum ersten Video zu kommen, klicke einfach auf die Infobox. In diesem Video zu kommen, klicke einfach auf die Infobox. Untertitelung des ZDF, 2020